Und die ihr Leben leben wollen und die einfach auch das an Anerkennung brauchen, was jeder Mensch braucht. Ich bin deshalb auch sehr bewusst gekommen, um hier mit euch dieses Fest zu feiern, um euch zu zeigen, es ist richtig, was gesagt wurde, Herr Bürgermeister. Diese Gruppe, die queeren Menschen, sie müssen und sind in der Gesellschaft angekommen. Das ist der entscheidende Weg, den wir gehen müssen.